wobei auch hier so wie man das verstehen muss das waren halt die vorgesetzten also die ganz hohen tiere in der alchemisten gilde die gesagt haben dass die experimente weiter geführt werden sollen es ist halt ziemlich scheiße noch einmal mit ried erhalten wagen der schaden kommt schon recht gut durch fliegen schwert den hast du zurück den das zurück zu superkassel wenn ihr befreitert hat es ist komisch ich werde immer von dem ersten angriff getroffen du dich ich guck mich auch das ist jetzt schon ein stärkerer dämon wie es aussieht 500 g nice nichts ich meine nicht doch noch nicht so sein doch 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 irgendwas ist hier manchmal muss man den brecher nehmen das war auf jeden fall nützlich dass wir damals im untergrund den shovel knight geplättet haben schöner krieg und hier sieht man auch die damage zahlen bei der version von karabossa ich weiß jetzt nicht genau wie sie heißt ich glaube sie wollte gerade auch wieder auf irgendwas aufmerksam machen und das nimmst du dann noch mal das gerusschwert für oder mir kam es davor als hätte sie irgendwo irgendwas gerufen oder sie wollte einfach nur einen angriff vorbereiten ich glaube sie wollten angriff vorbereiten aber auf jeden fall kommst du da oben weiter und kannst halt die tür öffnen wo wir jetzt nicht durchgekommen sind da haben wir das auch einmal durch ja ich kann mich an den raum auf jeden fall schon mal erinnern wir sind denke ich mal auf einen sehr guten weg so rechts haben wir da noch mal im raum ok hier scheint nur eine kiste zu sein weg medien stopp fein aus diese sachen sind natürlich auch sehr gut weil der gute johannes uns dadurch auch viel mehr sachen kraften kann so hier einmal der hebel jetzt haben wir hier auch den sauberen durchgang und das müssen ja hier ist hier ist der teleporter hier müsste noch eine andere andere sagen anderer versteckter boss du hast recht wenn ich mich nicht irre müsste das hier in dieser umgebung sein also hier müsste ein speicher geben irgendwo und da oben meine ich hier ist ein stuhl das ist schon ein richtiger drohen muss man sagen erst mal bildchen angucken ich denke wenn du jetzt hier wie heißt es mit dem griff schwer hier brauche ich das großschwert ist richtig ich will erst mal hier unten noch aufdecken genau hier war der speicher sehr gut dann schaffen wir das alles auf jeden fall noch in time nämlich gerade ein bisschen besprochen wie wir jetzt die weiter vorgehen wollen das schöne ist die jungs brauchen echt lange und sich irgendwie mal umzudrehen so jetzt haben wir auch stunden war ja auch noch was ich wahrscheinlich eine kiste es geht hier weiter tue ich auch wie es nicht alles mitnehmen was geht dämonen spanz haben wir bekommen da kommen wir noch nicht hoch das kommt wahrscheinlich alles dann später so kistig meine aha ausgetriegst weg mit euch du warst so gut das ist vollgefrieden so wir gehen nochmal speichern und darüber müsste glaube ich auch der teleporter sein weißt du das bücherregal auch schon gelesen nein noch nicht etwas schreckliches geschehen eines hat die rote scherbe in die hand bekommen und hat den dämon tschuldigung ah verdammte Axt und hat den dämon den ich vor so vielen jahren beschworen habe wieder in die welt geholt wir konnten die scherbe von dem jungen trennen und das chaos abwenden aber das beweist dass ich recht hatte der kristall verbindet sich mit der macht der scherben ich werde die kinder nun also scherbenbinder nennen der vorfall mit dem scherbenbinder hat mir vor augen geführt dass wir den kindern mehr selbstdisziplin beibringen müssen die gilde hat ein programm für sie erstellt bei dem sie im kampf ausgebildet werden indem sie gegen die dämonen kämpfen die wir beschwören einer der jungen jubel hat außergewöhnliche fähigkeiten bewiesen aber sein kristallwachstum ist langsamer als bei den anderen warum hier nochmal die komplette geschichte also die komplette vorgeschichte nochmal erzählt von miriam von jubel von dem professor typen der die zwei überhaupt zu scherbenbinder gemacht hat nein ach überblicken blickst blickst wie du wosch so porter ist auch da ich hasse euch so sehr ich glaube sie mögen dich auch nicht so besonders gerne wenn du jetzt noch da oben bleiben würdest du das alles so toll ganz ruhig werden wir haben das letzte geschlüssel ist sehr gut heißt eine volle heilung gibt endlich ruhe silber und hier geht es auch noch mal weiter so und da haben wir sogar ein bild von iga und hier haben wir einen sehr ominösen raum den wir tatsächlich beim letzten mal erst nachträglich gefunden haben allerdings wird der uns auf jeden fall helfen willkommen in der 8-bit-hölle mit einer 3d miriam ich hoffe einfach nur dass wir den boss hier schon schaffen können 109 schaden holy fuck schon etwas krass die mit denen ist echt nicht zu spaßen ich hoffe die bleiben okay zum glück bleiben die auch weg auf die kannst du dich auch normalerweise stellen okay angreifen wird hier nichts mehr diese verdammten knochenschädel sind halt basierend auf den ersten feuer speiern mal schauen was uns noch erwartet auf jeden fall ganz ganz könnte auch natürlich möglich sein dass wir erst um das alles voll zu klären wenn wir später wiederkommen sollten ich werde verfolgt aber habe da habe da habe da habe da habe da ist das ist das ist schwierig scheiße aber da wieso nicht durchkommen ja es ist gerade sind wir jetzt hier gelockt scheiße muss ich unbedingt teilen mit was notfalls im weg stein und wir kommen einander mal zurück weil das ist doch ziemlich zu viel ich hatte jetzt nicht gedacht dass wir hier so ich glaube wir brauchen erst ein bisschen bessere ausrüstung bis vorwiegen geben ja ein paar mehr level wie gesagt beim letzten mal sind wir halt erst später hierhin gekommen dann werde ich das ganze anders machen wir holen uns trotzdem die sachen die wir hier bekommen haben mein gewissen ja der raum ist und wie man da hinkommt jetzt gilt es einfach nur noch ja uns ein bisschen besser vorzubereiten schwertchen ist auch kaputt wird auch ein gold soll der schlüssel und gram kam auch eine sehr wichtige waffe die zu weiteren verarbeitung dann gebraucht wird so und jetzt würde ich sagen da wir dann doch eine planänderung haben kann ich hier doch eigentlich doch zum zug geben das stimmt ja der schnellste weg ist denke ich mal über den porter wo wir carabassa gefarmt haben oder so einen garten der stille hieß das ja von dort sollten wir auf jeden fall wieder hinkommen ich möchte nur hier speichern dann würde ich da nicht den ganzen weg noch mal zurück klatschen können wir bei der rollen nicht wieder was auch was abgeben wir haben jetzt auch wie er ist es den ax dämonen haben wir sogar zwei taschen die bringen ist klar die marzianische stahl jungen so tuniker brauchen wir natürlich nicht was hat man als würde du landen schutz gebraucht haltbar ist leder von der stadt auf jeden fall schon mal gar nicht so schlecht und kannst du gleich mal bitte bei den waffen gucken wie weit wir da schon was freigeschaltet haben ich zeigte aus und so nicht hatte den häschen schall den hatten wir das letzte mal ja der bringt uns auch glück das ist sehr gut die können wir uns auch kraften und sachen haben wir dafür ich habe schon ja deswegen wahrscheinlich was wir auch gerade ausgerüstet haben ja ich habe es ja gegen die freigeschaltet da sind die ganzen acht mit sachen so mir geht es um die einmal die großschwerter mir geht es um die späre halt 29 ist auf jeden fall gerade schwächer als das was ausgerüstert hast ist es die schaufel ich meine schwächer als das ist stärker um zwei schwere angriff 29 schaufel 27 also ne ne dann hast dann wahrscheinlich das großschwert wahrscheinlich gerade ausgerüstert ja das richtig ja ich schaffte mir das wohl mal wenn ich darf kein problem kannst du machen wir können ja auch direkt mal auch nachgucken was wir stärkere sachen wie also was unten noch ausgegraut ist das den haben wir graben haben die auch bekommen ich habe gerade das stärkste was wir haben wir haben dann noch wir haben auf jeden fall das dampfbetriebene müsste glaube ich noch etwas stärker sein wir können also ich würde aber gerne mal unten gucken was noch ausgegraut ist bei können ja auch bei sperren und den yellow in green weil die sachen werden wir alle auf jeden fall brauchen kristall und lang bringen ok auf jeden fall ja shadow und stahlblitz diese drei brauche ich für dein schwert genau die brauche ich auf jeden fall später so land die sagt angriff 33 magoni würden wir dafür brauchen das eine teil haben wir dafür und man müsste dann gucken wo man die ganzen sachen bekommt und hier sind die ganzen acht mit sachen wieder alles klar mich над ich glaube ich bin jetzt 20 bis gleich hier diese hier 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 Ich habe das Gefühl, dass ich ein Mensch bin, oder wie 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 ein Mensch bin. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ich finde es halt auch sehr schön, dass immer so ein Dialog nochmal entstehen kann. Ja. Also macht die ganze Geschichte noch etwas tiefgreifender, das ist wirklich cool. Federkrone haben wir unten, genau. Das Schöne hießen Schal. Das Schöne hießen Schal. Bis zum nächsten Mal.